Musik Jo Leute, was geht ab? Hier sind die Trixmasters, oder besser gesagt der Stylecofter, das bin ich und der Trixplayer Hallo Und wir haben jetzt einfach mal den Labormodus ausgetestet Und sind mitten in einem Spiel reingekommen Ja, mitten in einem Spiel reingekommen Ich hoffe, das stört keinen von euch Nein, ich denke mal nicht Und ja Oha Schaut euch einfach auch mal selbst die neuen Spielfelder an Och nö, die Netzzits machen können Okay, halt jetzt Wir spielen auch mal wieder schön mit dem Computer Der kann ein bisschen viel reißen Ja Ich krieg den Ball gar nicht Boah Wer der jetzt drin, ey Respekt Aber ich glaube, hier muss man auch wirklich aufpassen, ne Wer weiß, wie der Ball eingestellt ist Da die Arena hier viel größer ist Ja Aber größer kommt es mir irgendwie gar nicht vor Doch, die ist viel größer Also mir kommt es gar nicht so vor Könnte natürlich möglich sein, aber Ja, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Ja 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 Nein Ja Ja Na Ich würde Ja Ich würde Ja 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 Zeug Ja G-Force Agenten mit Biss Ja, echt gut verfilm Ich war schon mal ein Schmerz Kein Product Placement Nein Naja, heutzutage musst du aufpassen Weil meistens wird rumgeheult Und wenn ihr das Video seht Müsste eigentlich auch letzte Tage Ein kleines Werbevideo Auf unserem Kanal gekommen sein Für ein Eigentlich recht tolles Buch Und uns würde gerne mal interessieren Was haltet ihr von diesem Werbevideo Fällt ihr, da ist zu viel Werbung Jetzt auf einmal Oder Oder ist es passend Oder denkt ihr Oh, von dem Buch wusste ich noch gar nichts Und dass ihr euch auch für sowas interessiert wie wir Ja Und nochmal zur Bestätigung Wir bekommen dafür kein Geld Das haben wir alles frei Von eigener Hand her gemacht Ja Und uns würde wirklich mal interessieren Was ihr davon haltet Ob ihr sagt Mehr davon Oder überhaupt gar nicht Ich meine Product Placement sind zwar schon gut Wenn es jetzt nicht unbedingt zu viel wird Ach nö, den ich jetzt haben kann Und ich bin es top Ah, so ein direktes Werbevideo Genau Noch eine Minute Mein Gott Kam mir jetzt gar nicht von dem Video eine Minute vor Muss ich ehrlich sein Komm Nein Ach Menno Der wäre so locker drin Wo wir hier so für uns Autsch, ich werde umgehauen Aua Ich werde gerade von unserem Teammate weggehauen Nein Oh shit Ja, ich glaube das war es schon Ja Schätze ich auch mal Ja 4-1 Vielleicht wird die nächste Arena besser Eben Wie findet ihr eigentlich auch Die neuen Laborkarten hier Sag ich mal so Also wenn du mich gerade gefragt hast Also ich finde es nicht schlecht Okay Ich meine Ich finde es auch nicht schlecht Nur Mir springt ja bald viel zu viele Maps gibt es ja auch noch gar nicht Das wird schon auf jeden Fall Mal mehr Maps kommen Ja, aber ich finde der Ball springt jetzt so hoch Wissen Sie das? Ja Die Arena ist ja auch viel größer Von der Höhe her Von der Breite her Von der Länge und alles Na, was denn noch? Und ich würde mal sagen Jetzt kommt der kleine Kat Und Wir sehen uns in der nächsten Runde Also Ja So Leute, weiter geht's Ja, wir sind jetzt mal auf einer anderen Map Die sieht eigentlich auch schön aus Muss man sagen Ja Die ist ein bisschen weniger groß Und dafür Hier eine Zweite Fläche Sag ich mal Zweite Etage Ja Wer man spielen kann Ich weiß nicht, ob es unbedingt zum Vorteil werden kann Wenn man darauf spielt Also ich vermute schon Wobei das kann sich jetzt eigentlich natürlich auch in die Länge ziehen Oh Mann Und geht der rein? Der geht Ja Und ich habe hier einen Torbeschluss Und ich habe eine Vorlage bekommen Jetzt kann ich wieder den guten Eingabe rumspielen So, ich bleibe hinten Manchmal ist es gut, jemanden hinten zu haben Da ist auch das nächste Tor Vom Sibirski War wohl zu oft in Sibirien Ja Also von den Namen her Das ist qui Mmm Da ist auch Das ist Dack Untertitel Töne Sich Und ich war mal wieder nicht auf Abstanderposition. Nein! Und ich hab mal wieder meinen Libero Job gemacht und hab den beinahe erwischt. Merkst du das? Manchmal kommen so Lags, wenn auf einmal Computer spielen. Ja, wenn die hier rausschreuen, reinschreuen. Ja. Vor allem den rausschreuen. Rausleften natürlich. Genau. Ah, da hab ich mich grad dumm eingestellt. Aber ich bin jetzt gegen zwei Computer also. Vielleicht schaffen wir es ja wieder, ein Sieger, eine Niederlage. Und für die, die jetzt irgendwie denken, das machen die auch absichtlich ein Sieger und eine Niederlage reinschneiden. Nein. Glaubt uns. Das machen wir nicht. Da ist nämlich eine ganze Aufnahmesession, die ganzen Rocket League Videos, die jetzt in den letzten Tagen kamen. Zusätzlich mit dieser Folge. Da haben wir mit jeder, mit jedem Modus, nicht mit jeder Karte, sondern mit jedem Modus zwei Spiele gemacht. Eben. Bis jetzt. Da ist es aufgenommen auch. Boah, den hat der aber nochmal gut rausgehauen, ne? Nein. Und schreib den Antwort noch. Nein. Komm. Ja, und auch noch retten. Sehr gut. Erstmal eine Vorlage geben. Fehlt ausgebügelt, würde ich mal so schräg sagen. Komm. Ach. Ich glaub, ich sollte wieder lieber den alten Libero spielen, weil ansonsten krieg ich nichts auf der Backe. Oder? Komm, mach den. Nein. Boah. Oh shit. Einer muss hinten sein. Ja. Ich bin halbwegs hinten. Ja, halbwegs hast du recht. Oh shit. Wie gesagt, nur halbwegs. Aber ich hab nicht richtig positioniert. Na, das kann noch schwer werden jetzt hier. Ja. Ja. Ja, und dann sagt der noch guter Schuss. Nur dem. Pff. Der Libero hat zugeschlagen. Das war doch mal ein guter Schuss. So slidig wie der war. Genau. Hm. Oh mein Gott, guter Schuss. Guter Schuss. Oh mein Gott, guter Schuss. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Du fährst. Oder der Sibirski fährt. Wow. Okay. Die wollen uns echt auf die Nachspielzeit noch rauszuhören. Na ja, die Zuschauer werden sich freuen. Oh shit. Oh shit. Ja, der geht! Ja, der geht! Wow, shit. Ist der auch noch reingegangen. Das wär hart. Das wär auch mal cool. Das würde so dermaßen laggen. Schätz dich einfach mal. Naja, es kommt eigentlich drauf an. Ich mein, Call of Duty und so schafft es sie ja auch. Eben. Mehrere Spieler drauf zu bekommen. Nur die müssen nicht so eine Physik berechnen. Komm, und leg den schön. Ach, du hast den voll versemmelt. Mein Job. Ja, total versemmelt. Ganz klarer Sieg hier. Und ich hab ne Vorlage noch dafür gegeben. Ja. Kleiner Ausgleich. Muss halt sein. Vor allem, du hast ihn gar nicht berührt. Hab aber die Vorlage. Ja. Ach, Melo. Ich würd mal sagen, sollen wir noch gucken, ob wir ein drittes Spiel auf der dritten Karte hinbekommen? Ja. Mal eine extra längere Folge. Okay, dann machen wir jetzt einen Karten und gucken, dass wir auf die dritte Karte vom Labor Modus noch kommen. Jo. Bis gleich. Und da sind wir auf der dritten Map von... Ich glaub vier sind das. Ich hab mich grad noch mal kurz informiert. Im Internet und ich mein das wären vier Karten. Ja, und so läuft das aus irgendeinem Grund bei mir grün. Ähm. Ich... Ja, okay. Läuft. Wahrscheinlich nach, weil du die ganze Zeit am reden bist. Ja, okay. Wie mach ich das weg? Gar nicht. Ich rede doch gar nicht im Spiel. Wie soll ich denn im Spiel reden? Bin ich schon. Ganz klarer Fell. Okay. Ach, jetzt ist es... Jetzt ist es... Also, das Grün ist jetzt bald hier weg. Ja, okay. Na, wir müssen jetzt hier aufpassen. Hier gibt es zwei Tore, ne? Ja. Und das Tore gibt es doppelt von jedem Team. Ja. Deswegen eigentlich mit Glück könnte man den locker reinhauen, ne? Ja. Wie du sagst, mit Glück kann man den locker reinhauen. Frage, was haben wir das Glück hier? Jo, ich denk schon. Na, okay doch nicht. Nein, du hast mich weggekriegt. Weg da, Delorraine! So, bist du aus unserem Team aber dann auch weg da. Schön! Und der könnte gehen? Oh, shit. Das war jetzt aber wirklich Teamwork hier, ja? Jetzt aber. Na endlich. Hat unser Teamkollege das noch geschafft. Guter Schuss. Oh Mann. Weg mit dem Barista Gefahrenzone. Oh shit. Da geht der Ball direkt wieder in die Gefahrenzone und die schießen das zweite Tor. Sollst du Kommentator werden. Ja bestimmt. Könnte ja Freekicks werden. Wäre ganz viel besser kommentieren. Ach komm komm jetzt nicht mit dem an. Schaut auch gerne mal bei Freekicks auf dem Kanal vorbei. Da kommen im Moment wieder neue Videos. Teamwork heute. Teamwork. Links. Gerade im Replay. Nein. Warum ist in der Mitte kein Tor probieres und jetzt? Deswegen habe ich den ja eigentlich auch zur Seite gespielt. Leute. Da hat er uns richtig ausgetrickst. Den müsst ihr wohl verwerben können. Ich bin dran vorbei. Ich hätte ihn so rein machen können. Nein. Ach nö. Nein. Oh shit. Ach scheiße. Wir verressen mal wieder das Kommentieren. weil es gerade so spannend hier wieder läuft. Noch eine Minute. Und ja. Ich hoffe das schaffen wir noch. Und die machen jetzt rein Tor. Ach. Die machen wir natürlich schon mal wieder ein Tor. Warum nicht? Du darfst gar nicht darüber reden. Wenn du nicht darüber redest, dann passiert es halt nicht. Und ich hätte den noch raushauen können, ey. Mr. Board hat den reingehauen. Dann mal gucken, ob ihr es noch rumreißen könnt, das Spiel. Hoffen wir mal. Ich habe dich doch alles berührt. Ich habe dich doch alles berührt. Und dann war es der andere. Zack. Hast du gesehen? Ja. Immer erst ein Gehirnschild geben. Ja, selbstverständlich. Ja. Bestimmt. Und da wurde ich schon wieder weggehauen. Hast du das gesehen? Ja. Okay. Die haben dann natürlich mal wieder fair geboren. Ja. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hiermit auch unsere Aufnahmesession. Genau. Weil wir haben jetzt seit zwei Stunden aufgenommen. Und das reicht erstmal für heute. Jo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auch regelmäßig auf unserem Twitch-Account wieder vorbei. Da kommen jetzt wieder regelmäßig Streams. Da in den letzten drei oder vier Wochen, glaube ich, kein Stream kam. Ja, aber das hat... Aus Zeitmängel. Genau. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann... Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ja. Out rein.